Kimco CV3, den wir auch hier wieder auf Kundenwunsch modifiziert bzw. umgebaut haben. Neben den üblichen bereits bekannten Umbauten mit den Shad SH36 Seiten Koffern und SH58X Top Case, das Variabel in der Größe verstellbar ist, haben wir auch hier an diesem Fahrzeug den Seitenständer verbaut mit Abschaltautomatik und per Einzelabnahme eingetragen. Neu ist jetzt hier das erste Mal, dass wir zusätzliche Scheinwerfer angebracht haben. Diese können über einen zusätzlichen Schalter, den wir hier in der Verkleidung montiert haben, aktiviert werden. Hier auch das erste Mal Spiegel am Lenker verbaut, so dass man hier die Halterungen der Originalspiegel vorne wieder verwenden kann für die Zusatz Scheinwerfer. Auch bei diesem Fahrzeug haben wir die Ladefunktion über ein C-Tig Ladegerät hier hinter der Sitzbank verbaut, so dass man auch hier die Batterie laden kann, ohne irgendetwas zu demontieren. Ebenfalls an diesem Fahrzeug sind wieder diese AXERBIS Handprotektoren verbaut worden, Kymco CV3, den wir auf Kundenwunsch umgebaut, modifiziert haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kymco CV3, 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020